Ich heisse Galus Heckler und Pianospielen ist meine grosse Leidenschaft. Ich arbeite als Musiker, das heisst, ich spiele mit verschiedenen Bands, bei Musicals, mit Sängern, mit Chören und ich unterrichte auch Musik. Ich gebe Klassenunterricht in Musik und Klavierunterricht und unterrichte verschiedene Schülerbands. Das macht mich mega Freude und die Musik bereichert mein Leben unglaublich. Ich war ganz oft im Adonia Camp dabei, durfte dort in der Band mitspielen, habe oft auch Bands geleitet und ich durfte für meine musikalische Karriere, aber auch für mein persönlicher Glaubensleben ganz viele wertvolle Erfahrungen sammeln im Adonia Lager. In diesem Pianokurs zeige ich dir, wie du verschiedene Songs begleiten kannst, wie du dich optimal vorbereiten kannst, um in einer Adonia Band mitspielen. Wir arbeiten hauptsächlich an zwei Songs, die du auch brauchst für dein Video, das du bei Adonia einschickst, aber ausgehend von diesen zwei Songs schauen wir noch verschiedene andere Sachen an, zum Thema Rhythmus, Groove, linke Hand, rechte Hand, Melodie spielen, improvisieren, wir lernen noch verschiedene coole Akte kennen, es geht um verschiedene Sounds, also da haben wir eine spannende Reise vor uns. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020